Lord Kitchener, der große Kalypso-Komponist und Sänger, verstarb 2000. Er ist ein Vorbild für Lord Relater und ihm zu Ehren haben er und Andy Narell ein Medley zusammengestellt, um an die große Zeit des Kalypso zu erinnern. Untertitelung des ZDF, 2020 Brip, Bipo, Bri-de-de-dip, dem schoolchildren run below, but when they reach, they hold their head and fall, cause when they think is mangos, my branches fall. Brip, 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 Bipo, Bri-de-de-dip. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020